Hi, hier bin ich wieder. Ich bin Priska von PriskaBaumann.com. Ich bin Soul Freedom Coach und unterstütze Frauen darin, ihre innere Heldin zu befreien, damit sie eine immer authentischere und freiere Version ihrer selbst leben können. Und heute bin ich hier, weil ich dir etwas mehr über mein neues Programm Shiro's Women of Freedom erzählen möchte. Denn ich bin gerade dabei, ganz viele tolle Frauen zu interviewen, herauszufinden, ob es das richtige Programm für sie ist. Und ich habe einfach herausgefunden, dass ganz viele Leute doch noch nicht ganz genau wissen, was es denn genau ist, dass die Inhalte sind, worum es wirklich geht. Shiro's Women of Freedom ist klar, es geht um deine Freiheit, es geht um dein Heldentum, es geht darum, dass du in diesen sechs Wochen so richtig geboostet wirst, um in deine ganz persönliche, ureigene Kraft zu kommen. Es geht in diesem Programm darum, dass du herausfindest, wenn du es vielleicht noch nicht weißt, wofür du wirklich brennst, was denn deine Träume sind. Vielleicht bist du in einem Zustand, wo du einfach merkst, dieses Leben, das ich im Moment führe, das ist nicht das Leben, wovon ich geträumt habe. Das ist nicht das Leben, das ich als Kind für mich gewünscht habe. Aber du hast keine Ahnung, was du machen könntest, das dich erfüllen würde, dass du, ja, dass dich wirklich, dass deine Seele dein Herz zum Singen bringt. Und das kannst du in diesem Programm auch herausfinden. Es geht darum, dass du klar darüber wirst, was du in deinem Leben willst. Aber wenn du auch schon weißt, worum es geht, geht es wirklich auch darum, an die konkreten Schritte zu tun. Denn dieses Programm geht wirklich auch darum, dass du in Aktion kommst. Denn es bringt nichts, wenn du die wunderschönsten Träume, deine wunderschönsten Lieder in deinem Bauch, in deinem Herzen trägst, es aber nicht in die Welt rausbringst. Und da komme ich rein, da möchte ich dich unterstützen, damit du wirklich ins Tun kommst. Damit ich da bin, um dir zu zeigen, welche Dinge du tun kannst, um mehr in deine Kraft zu kommen, um für deine Träume zu gehen, um wirklich konkrete Schritte zu machen, auch wenn du vielleicht noch gar nicht weißt, wohin du gehst. Aber wenn du in Bewegung bist, dann kommen die Dinge auch rund um dich herum in Bewegung. Und wenn du dein Sein stärkst in deinem inneren Kern, dann werden sich auch deine Träume viel klarer dir zeigen, weil du dann viel klarer mit dir selbst verbunden bist. Aber wie soll sich dein Traum dir offenbaren, wenn du keine Ahnung hast, wo du bist, wer du bist? Und darum geht es, wirklich in deine Kraft zu kommen, wirklich auch für deine Träume zu gehen. Es kann wirklich, die Schere geht, kann weit rausgehen. Es kann sein, dass du noch keinen Plan hast, wo du hin willst, aber du weißt einfach, ich habe eine Aufgabe hier auf dieser Erde. Ich habe da was in meinem Bauch, das schon lange, lange raus will und ich will jetzt in Aktion treten. Es kann sein, dass du schon auf dem Weg bist, dass du weißt, wohin du willst, aber du hast immer wieder diese Ausreden in dir oder diese Blockaden oder diese Ängste, die hochkommen. Und da sind wir auch für dich da. Da können wir dich unterstützen, gemeinsam in der Gruppe und ich als Person. Also du musst noch nicht ein klares Ziel haben, um loszugehen. Du musst auch noch nicht wissen, wenn du weißt, wohin du willst, aber keine Ahnung hast, wie du da hinkommst, das musst du auch nicht wissen. Und es geht wirklich einfach darum, dass du deine Kraft, deine Ressourcen in dir findest und herausfindest, hey, was ist, was für ein unfassbar, powerful, wie sagt man, machtvolles Wesen du bist, was du alles kannst. Und wenn du erst herausgefunden hast, wer du eigentlich bist, dann kannst du gehen, für was auch immer du willst. Sei es, dass du dich in der Welt mehr zeigen möchtest, sei es, dass du dein Business auf eine neue Ebene bringen willst, sei es, dass du vielleicht einen neuen Job willst, sei es, dass du dich wagst, in deiner Familie so zu zeigen, wie du wirklich bist, es sei es, dass du dich sexier in deinem Körper fühlen willst. Es kann irgendwas sein. Tatsache ist einfach, dass du an irgendeinem Ort beginnen musst und es geht darum, dass du die richtigen und wichtigen Schritte in die Richtung deiner Träume gehst und nicht in die Richtung der Träume deiner Nachbarn oder deiner Eltern oder deines Partners oder von wem auch immer, sondern dass du herausfindest, hey, das ist es, wofür ich brenne und ich will jetzt losgehen und ich will herausfinden, wer ich bin und ich will mich zeigen, genauso wie ich bin in meiner ganzen Größe. Darum geht es. Und in diesem Programm, dieses Programm basiert auf dem Online-Heldinnen-Kurs, den ich schon vor etwa einem Jahr fertiggestellt habe und ich weiß, diese Dinge funktionieren. Zu 100.000 Prozent, weil ich sie auch heute noch immer anwende und es hat mein Leben in einer Art und Weise transformiert. Es ist nicht mehr wiederzuerkennen. Es ist nicht mehr die innere Freiheit, die Sicherheit, die ich heute in mir habe, verglichen zu der Person, zu der Priska, die ich früher war, das kann man nicht vergleichen. Das ist unrecognizable. Du kannst, es ist wirklich, es ist nicht wiederzuerkennen und das kannst du auch. Das kannst du auch. Und deswegen habe ich diesen Kurs genommen, habe herausgefunden, okay, der Kurs alleine ist toll in sich, aber es braucht dann wirklich auch die Aktion. Und ich gebe zwar ganz klare Aktionsschritte in dem Kurs vor, aber die Menschen machen es dann meistens nicht. Und deswegen, hey, wir Frauen, wir funktionieren in der Gruppe, wir müssen uns austauschen, wir wollen gesehen werden in unseren Problemen. Deswegen, diese sechs Wochen, wo wir wirklich uns jede Woche treffen in einem Online-Call, wo du deine Fragen stellen kannst in der Gruppe, wo wir ein bestimmtes Thema beleuchten, also wir werden uns mit Beziehungen auseinandersetzen, wir werden uns mit Selbstliebe auseinandersetzen, wir werden uns mit dem Körper auseinandersetzen, Zielen, bla bla. Es gibt so viele Dinge, die wir abdecken werden. Und ich habe auch gar keinen konkreten Plan, weil ich wirklich auf die Bedürfnisse der Gruppe eingehen will. Ich will, dass ihr alle, ihr, die darin seid, das rausnehmen könnt, was ihr jetzt gerade braucht. Und deswegen gibt es nicht nur diese Calls, die jede Woche stattfinden, sondern es gibt dann auch noch die Facebook-Gruppen. Einerseits eine Gruppe, nur für die Heldinnen allein, die jetzt in diesem Programm sind, wo ich dann auch verschiedene Challenges erstellen werde, wo du wirklich auch Tage fordert wirst, wenn du willst. Du kannst alles annehmen, ablehnen, es ist in deiner Kraft, du trägst die Verantwortung. Ich gebe dir alles Material, damit du wirklich damit arbeiten kannst. Und gleichzeitig kommst du auch noch in die bestehende VIP Soul Freedom Tribe Gruppe, die ich schon habe, die gefüllt ist mit den wundervollsten Frauen, mit Heldinnen, die wirklich auf ihrem Weg sind, die dir auch immer wieder neue Inputs geben können, aus ihrer Sicht, damit du nicht nur meine hörst, sondern auch noch ihrer Sicht. Das sind Kundinnen von mir, vergangene Kundinnen von mir, die sich da versammelt haben. Und du hast auch die Möglichkeit, während dieser sechs Wochen mit mir persönlich in Kontakt zu sein. Ich stehe dir zur Verfügung und kannst mir jederzeit eine E-Mail schreiben, also E-Mail Kontakt, E-Mail Coaching, unbeschränkt, so viel du mich brauchst. Das sind in diesen sechs Wochen das volle Programm. Aber es hört nicht auf. Diese sechs Wochen sind zwar auf sechs Wochen beschränkt, aber du kriegst lebenslangen Zugang zu allen Kursinhalten von 27 Lektionen mit Video, mit konkreten Aufgaben. Du kannst sie dir in deinem Tempo angucken, du kannst sie in deinem Tempo bearbeiten. Du hast massenhaft Möglichkeiten, mit diesen Inhalten zu arbeiten. Und damit du eben auch dran bleibst, bleibst du auch in diesen Facebook-Gruppen drin, damit du dich wirklich auch mit den anderen Frauen austauschen kannst. Und ich bin persönlich natürlich auch immer in diesen Gruppen drin. Also du hast wirklich dieses Programm hast du mit sechs Wochen diesen Boost von hey, wir gehen zusammen, wir setzen unsere Energie zusammen und gehen in eine Richtung, in die Richtung, die für dich wichtig ist. Wohin es geht, bestimmst du alleine. Ich habe keine Ahnung, was für dich Glück, was für dich Freiheit, was für dich Kraft bedeutet. Ich sage dir einfach, welche Tools du gebrauchen kannst, um in diese Freiheit zu kommen. und ich kann dir auch neue Perspektiven aufzeigen, damit du wirklich dein Ziel so erreichen kannst, wie du es dir wünschst. Ob du dieses Angebot annimmst, liegt an dir. Aber eben über diese sechs Wochen hinaus hast du jederzeit Zugang zu dem Kurs. Du kannst jahrelang damit arbeiten. Ich persönlich arbeite heute noch regelmäßig damit, weil ich dann wieder gucke, okay, da in diesem Bereich, Preska, ich glaube, du musst dir da mal deine eigenen Teachings angucken. Weil ich einfach weiß, diese Dinge, die funktionieren. Und ich habe die zusammengetragen. Ich habe sie teilweise selbst gefunden, erfunden. Teilweise sind sie von verschiedenen Lehrern, mit denen ich glücklicherweise unterwegs sein durfte, mitgenommen. Ich habe sie abgeändert, weil ich vielleicht gefunden habe, okay, hier brauchst du vielleicht noch ein Quäntchen davon, hier ein bisschen davon. aber es ist wirklich ein Buffet für dich an Dingen, von denen du dich bedienen kannst, über diese sechs Wochen hinaus. Wenn du denkst, wenn du denkst, hey, ja, ich habe dieses Lied in meinem Herzen, ich habe diesen Wunsch in meinem Bauch, diese Message, die raus wird. Ich will, dass meine Stimme in die Welt getragen wird, sei es in die kleine Welt, in Sinne von meiner Familie, meinem Partner, in meinem Beruf, aber vielleicht auch ganz groß in die Welt hinaus. dann bist du richtig hier, dann bist du richtig in diesem Programm, denn es geht darum wirklich, diese Frauen zu unterstützen, die einen Unterschied machen wollen, die bereit sind, von der Couch aufzustehen, die bereit sind, einen Unterschied zu machen, die bereit sind, auch etwas Zeit und Kraft darin zu investieren, die sagen, hey, mein Traum ist so wichtig, meine Message ist so wichtig, dass ich es rausbringen muss, weil es meine verdammte Pflicht, ich es zu tun. Warum sonst bin ich auf diese Erde gekommen? Es gibt Leute, die können das einfach, denen flutscht es zu, ganz viele andere von uns, die sind in unserem Leben regelrecht gefangen, die wir uns aufgebaut haben, weil wir denken, dass wir uns der Gesellschaft anpassen müssen. Aber das ist nicht das Leben, das vielleicht für dich geschaffen wurde, das Leben, wozu du geboren bist, um zu leben. Und deswegen musst du dich daraus befreien. Das heißt nicht, alle Mauern einzureißen, nein, es geht darum, Schritt für Schritt in die richtige Richtung zu gehen, Schritt für Schritt die richtigen Entscheidungen zu treffen, mit deiner inneren Heldin verbunden zu sein und ihre Bedürfnisse auch zu hören und sie umzusetzen. Darum geht es. Und es ist mir, ja, es ist, du siehst, ich brenne dafür, ich möchte jede wundervolle Frau, die ich treffe, wachschulden und sagen, okay, komm, bitte, 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 wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Der Dalai Lama hat mal gesagt, the world will be saved by western women. Warum westliche Frauen? Warum, der Dalai Lama hat das gesagt eben, dass die westlichen Frauen die Welt retten werden. Und ich bin der Überzeugung, dass er meint, die westlichen Frauen, weil wir die Möglichkeit haben, Entscheidungen zu treffen, weil wir den Luxus haben, nicht jeden Tag, um unser, um unser Überleben zu kämpfen, sondern wirklich für unsere Träume zu gehen und damit Leute zu inspirieren, die ganze Gesellschaft aufzurütteln, wirklich mal hinter die Fassaden dieser Normen zu gucken, zu gucken, was will mein Herz? Und wenn wir alle mehr von unserem Herz heraus leben, dann kann sich die Welt in einen Ort verwandeln, von dem wir noch keine Ahnung haben. Wir haben keine Ahnung. So große Wunder sind möglich. Aber es braucht dich, es braucht jeden Einzelnen von uns und gemeinsam können wir diese Wunder erschaffen. und wenn du eben denkst, ja, ich bin bereit oder ich kenne jemanden, der bereit ist, dann bitte teile dieses Video mit ihr oder mit ihm. Ich nehme natürlich auch Helden mit ins Programm. Ich spreche immer zu den Frauen, weil ich selbst eine Frau bin, weil es um die weibliche Energie geht. Aber wenn ein Mann sagt, ja, ich bin auch bereit und ich bin auch bereit, als Heldin angesprochen zu werden, es ist mir egal. Komm, sei willkommen, weil die Welt braucht auch die Männer, die mit der weiblichen verbindenden Energie zusammenarbeiten. Aber eben, ich richte mich grundsätzlich mehr an die Frauen, weil es eben mein Tribe ist und weil ich grundsätzlich sehr, sehr viele Frauen, ja, in meiner Umgebung, in meinem Kundenkreis habe. Also, hör auf, dir Ausreden zu suchen. Finde heraus, warum du es tun kannst, warum du es tun musst, warum es deine Pflicht ist. Und dann melde dich bei mir, damit wir gucken können, wie wir das arrangieren. Ich kann dir auch noch Tipps geben, wenn du kein Geld hast, wie du vielleicht zu mehr Geld kommst. Ich bin für dich da. Ich will, dass du in deine Kraft kommst. Das ist mein Nummer 1 Anliegen. Ich will, dass du in deine Sicherheit, in deine Freiheit, in deine Power, in dein Glück kommst. Okay. Also, ich habe jetzt lange genug geschwatzt. Wenn du denkst, ja, das ist es für mich, melde dich bei mir, soulfreedom.com. Du kannst auch hier unter diesem Video kommentieren. Du kannst mir eine Facebook-Nachricht schicken, Priska Baumann, soulfreedom. Ein Like ist auch immer super. Dann kriegst du auch jederzeit neue Inspirationen. Abonniere diesen Kanal, wenn du meine Message unterstützt und auch findest, ja, wir brauchen neue Liederinnen. Wir brauchen Frauen, die sich zeigen, die authentisch sind, die echt sind, die sich nicht hinter sozialen Mauern verstecken oder Masken verstecken, sondern, ja, wir brauchen echte, echte, echtes, lebendiges Leben. da draußen. Okay, dann abonniere meinen Kanal, geh rüber auf meine Website, priska-baumann.com, trag dich da auch ein. Dann kriegst du auch noch eine Heldinnen-Meditation, kostenlos zugeschickt. Du kannst auch eine ganze Heldinnen-Coaching kriegen, kostenlos. Melde dich bei mir und wir schauen zusammen an, ob dieses Programm auch für dich passt, denn du bist hier, um einen Unterschied zu machen. Ansonsten würdest du dieses Video nicht gucken und sonst hättest du nicht so lange durchgehalten, dieses Video bis zum Ende zu gucken. Ich weiß es. Also, mach es möglich, denn es ist möglich, auch für dich. Ich danke dir von Herzen für dein Hiersein, für deine Zeit und dafür, dass du den Unterschied machst, den du dir in der Welt wünschst. Vielen Dank. Tschö. Tschö. Schönearm